Grüß Sie, Piet. Schön, dass wir dich heute hier haben. Bislang siebenmal zu null in dieser Saison. Bestwert in der Bundesliga. Woran liegt es, dass du aktuell so gut drauf bist? Die zu null-Statistik zeigt nicht nur den Torwart, sondern die ganze Mannschaft aus. Wir machen das momentan sehr, sehr stark als Mannschaft. Wir lassen ganz wenig zu. Wenn ein oder zwei Bälle da sind, zu halten, dann bin ich auch da. Ich freue mich sehr, dass es momentan so gut klappt. Das ist ein Grund für unsere erfolgreiche Serie, die wir haben. Ich freue mich, dass wir so stabil spielen, dass wir als Mannschaft wenig zulassen. Das ist immer eine Stärke, die man ausstrahlen kann und das ist auch für Gegner ganz schwer zu bespielen. Und ich hoffe, dass es genauso weitergeht, weil das könnte auch eine ganz gute Basis sein für eine ganz erfolgreiche Saison. Das stimmt. Du hast gerade angesprochen, wir lassen in letzter Zeit extrem wenig zu, so auch gegen Stuttgart. Dann kam, ich glaube, in der 89. Minute doch mal ein Ball auf dein Tor und du warst da. Wie bleibst du denn in solchen Spielen so fokussiert? Ja, also da bin ich schon relativ gewohnt. Ich spiele seit Jahren für RB, davor natürlich auch in Salzburg und Liverpool für offensive Mannschaften, wo der Torwart nicht immer 10, 15 Schüsse halten muss. Und klar, das ist auch ein wichtiger Faktor in meinem Torwartspiel, einfach diese Konzentration hoch zu halten. Auch wenn ich nicht so viel zu tun habe, dann trotzdem immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Was, ich glaube, seit Juli hier ist, ist was anderes. Ich bin immer eingebunden im Spielaufbau. Also ich bin schon relativ viel am Ball, auch wenn es nicht Schüsse sind oder Top-Saves. Aber ich habe viele Ballaktionen und so ist es auch, sagen wir mal so, kann man gut im Spiel bleiben. Trotzdem ist, wenn man wenig Bälle zu halten hat, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass dieser Ein am Ende klappt. Und ich freue mich, dass ich mit dieser Parade der Mannschaft helfen konnte. Würdest du sagen, das ist ein Bereich, in dem du dich jetzt in der letzten Zeit nochmal gesteigert hast? Ich denke, Training spielt da auch eine wichtige Rolle. Gibt es eventuell irgendwelche Übungen innerhalb der Trainingseinheiten, die man zur Vorbereitung nutzt? Also ja, wenn man unsere Hinrunde sieht, da hatten wir ganz wenig Zeit zu trainieren. Also es geht nur um die Spiele und jetzt haben wir drei Wochen, wo wir eine volle Woche haben, zu trainieren. Natürlich ist es auch wichtig zu nützen, weil danach hoffentlich haben wir noch sehr, sehr viele englische Wochen. Und ja, also ich glaube, als Torwart mit der Erfahrung kann man sich immer verbessern. Und ich versuche auch natürlich mit Freddy immer Kleinigkeiten zu finden, wo man sich verbessern kann. Und ich glaube, das hat bisher sehr gut geklappt. Und deine Leistungen bleiben natürlich auch Europa nicht verborgen. Du zählst zu den besten Keepern in den europäischen Top-Ligen. Auch der Coach hat jetzt etwas Ähnliches gesagt, dass du ganz wichtig bist für unser Spiel. Lassen dich solche Aussagen kalt oder machen die dich auch ein gewisses Stück stolz? Ja, natürlich bin ich stolz drauf, weil das ist auch eine Anerkennung, was für mich immer wichtigste ist, was die Leute hier im Verein über mich denken, weil das ist, ja, mein Arbeitgeber. Und ich freue mich sehr, wenn unsere Trainer und generell im Verein eine gute Meinung über mich gibt. Und ich versuche, der Mannschaft immer zu helfen, nicht nur in den Spielen, sondern außerhalb des Platzes auch. Ich bin jetzt nach Cioni, zweithältestes Spieler im Kader und mit dieser Erfahrung, mit dieser Ruhe, was ich ausstrahle und versuche kleine Gespräche auch in der Kabine zu führen. Ich versuche natürlich, den jungen Spielern auch zu helfen. Und ich glaube, das klappt sehr gut. Und ich habe schon sehr viel Verantwortung in dieser Mannschaft, aber ich mag diese Rolle und ich versuche, diese Rolle bestmöglich umzusetzen. Und ja, natürlich schöne Wörter sind immer schön für mich auch. Aber noch wichtiger, dass wenn am Ende die Null steht, dann weiß ich, dass ich wahrscheinlich alles gut gemacht habe. Ja, und noch schöner ist es wahrscheinlich, wenn man von den eigenen Fans für eine gute Aktion angefeuert wird und bejubelt wird. Wie sehr vermisst du es? Hat das Spielen ohne Zuschauer dein Torwartspiel auch ein bisschen beeinflusst? Ja, auf jeden Fall. Also, was eigentlich sehr schade ist, wir haben, kann ich sagen, ich glaube, wir sind schon gewohnt, jetzt leider ohne Fans zu spielen. Das ist fast ein Jahr schon. Und das ist sehr traurig, weil wir Fußballer, wir leben auch für solche Momente, einfach im Stadion mit unseren Fans zu erleben. Und wir vermissen die Fans extrem, auch wenn man auswärts spielt als Torwart. Natürlich bist du dann immer nasendran an den Ultras von Gegnern. Und es auch nicht immer schön ist, aber ich vermisse das trotzdem, weil das gibt einfach einen extra Push. Und natürlich die Heimspiele, es ist einfach sehr schade, weil wir richtig gerne Fußball spielen. Und ich glaube, die Zuschauer, wenn die das live erleben könnten, wird es sehr viel Spaß machen. Aber wir hoffen, dass es jetzt vielleicht in einem Jahr ein bisschen anders wird und langsam wir zurückkommen zur Normalität. Ich glaube nicht, dass wir im Sommer im vollen Stadion spielen könnten, aber wer weiß, hoffentlich die Situation wird besser. Und ja, wir können kaum erwarten, wieder für unsere Fans zu spielen. Ja, das stimmt. Werfen wir jetzt mal nochmal einen Blick auf den kommenden Samstag. Da haben wir auch ein Topspiel von unserem letzten Heimsieg gegen den BVB. Da war die Hütte voll, ist jetzt leider auch schon ein bisschen her. Wie stehen denn unsere Chancen diesmal? Was erwartest du für ein Spiel gegen Borussia Dortmund? Ja, ich glaube, das wird ein offenes Spiel. Zwei offensive Mannschaften, die versuchen, gutes Fußball zu spielen, die nehmen Risiko von hinten raus. Die versuchen, ihr Spiel aufzubauen, aber vorne gehen die auch drauf zu pressen. Also ich glaube, zwei ähnliche Mannschaften. Wir müssen schauen, dass wir klar bleiben, dass wir konsequent bleiben, dass wir ohne Fehler spielen. Und diese paar Chancen, die wir kriegen, die nützen. Weil natürlich, die BVB hat auch extrem viel Qualität. Wir müssen als Mannschaft sehr gut verteidigen gegen die. Und wenn wir das schaffen, haben wir gute Chancen, drei Punkte zu holen. Letzte Saison von sechs haben wir nur einen Punkt gegen Dortmund geholt. Und das fehlt uns am Ende. Und diese Saison möchten wir das jedenfalls anders machen. Und dann werfen wir nochmal einen Blick weiter auf den kommenden Monat. Da steht ja dann auch ein besonderes Spiel, explizit wahrscheinlich auch für dich an. Uns wurde der FC Liverpool als Achtelfinalgegner in der Champions League zugelost. Hast du dich über das Los gefreut? Wie siehst du das Spiel? Kleine Einschätzung zum Gegner? Ja, klar. Ich freue mich sehr über das Spiel. Ich war sechs Jahre dort und ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt in Liverpool. Auch wenn ich es nicht geschafft habe, für die erste Mannschaft zu spielen. Aber trotzdem, ich war immer ganz nah dran und ich kann viel danken zu Liverpool, weil diese Entwicklung, die ich dort genommen habe, dazu geführt, dass ich heute hier sitze. Und ja, auf anderer Seite, das ist ein wichtiges Champions League-Spiel für RB Leipzig, nicht für Peter Gulaschi, sondern für RB Leipzig und wir wollen weiterkommen. Also klar, wir sind jetzt am Papier nicht Favorit, aber trotzdem haben wir eine sehr starke Saison gespielt bisher. Man sieht, dass wir gegen alle Mannschaften eine Chance haben. Und ja, Liverpool ist ein Top-Top-Gegner, aber wir werden alles geben, dass wir weiterkommen. Und wenn wir das schaffen, dann wird diese ganze Geschichte komplett für mich. Und letzte Frage, Pete The Wall oder Cleansheet Pete? Ja, solange ich beides behalten kann, ist alles gut. Das bedeutet, dass ich wenig Tore kassiert habe. Also, ja, die machen schon ein bisschen Spaß mit mir in der Kabine, The Wall und so. Also, gefällt mir beides. Cleansheet ist noch klarer, weil klar als Torwart kann man nicht alle Bälle halten, aber wenn man zu Null spielt, das gibt es so ein extra, so ein richtig gutes Gefühl. Und deswegen Cleansheet sind für mich das Allerwichtigste. Also, wir finden es gut. Danke schön. Danke schön. Danke schön.